Musik Meine Materialien sind Gase und Kunststoff, mit denen ich zurzeit arbeite. Den Kunststoff verforme ich durch Hitze und dann werden die fertigen Teile mit Gase... Nein? Warum schüttelst du das immer mit dem Kopf? Jetzt habe ich dich durch das Konzept gebracht. Jetzt hast du mich total rausgebracht. Die ersten Arbeiten von mir sind eigentlich nur mit Gase gearbeitet worden. Und jetzt mittlerweile mit Kunststoff zusammen. Und mir ist eigentlich in erster Linie immer die Formfindung wichtig. Und in dieser Ausstellung jetzt habe ich versucht, interessante Positionen zu finden, die etwas außergewöhnlich sind von der Materialfindung her. Und ich denke, es könnte eine ganz spannende Mischung sein. Zuhause fällt mir bestimmt viel besser frei. Nein, muss ich nicht. Deine deiner. Ganz genau. Ich gehe vor Zeit.